Auch von mir ein herzliches Hallo. Also, wenn dich die Polyvagal-Theorie interessiert und du auf jeden Fall wissen möchtest, wie du die Polyvagal-Theorie und den Nervus vagus so integrieren kannst und so verstehen kannst, vor allen Dingen, dass du es integrieren kannst, dann schau dir auf jeden Fall das Video an. Wenn du sagst, ich bin so traumatisiert und ich will überhaupt gar nichts eigentlich mit meinem Körper zu tun haben, weil er fühlt sich einfach nicht gut an, auch das höre ich immer wieder, dann schau dir auf jeden Fall das Video an, weil mein großes Ziel ist, dass du Spaß mit deinem Körper hast, dass du dich gut in deinem Körper anfühlst und vor allen Dingen, dass du schöne Wahrnehmungen hast in deinem Körper. Genau, all das, warum das so wichtig ist, erkläre ich in dem Video, in dem Interview und genau, ich freue mich auf jeden Fall, dich bei dem Gespräch willkommen zu heißen und vielleicht sehen wir uns an anderer Stelle. Vielen Dank.